Die Gamelle, La Gamelle, das Kochgeschirr der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Heute habe ich euch mal ein Essgeschirr der französischen Armee mitgebracht. Und zwar die Gamelle oder La Gamelle. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also, die Gamelle wurde produziert von 1935 bis circa 1945, 1946. Ausgegeben an die französischen Truppen wurde sie bis zum Beginn des Algärenkrieges. Dann wurde eine neue Gamelle in Dienst gestellt und zwar war die ebenfalls noch dreiteilig, bestehend aus Deckel, Hauptbehälter und Einlage. Diese war allerdings nicht mehr so hoch wie diese, sondern eher flach mit Griff dran und bestand dann aus drei mehr oder weniger rechteckigen Teilen. Diese Gamelle besteht komplett aus Aluminium. Das betrifft die Behälter, die Griffe sowie die Öse und die Nieten. Der Henkel wurde hier eingehangen und verlötet. Ebenfalls alles Aluminium. Jetzt packen wir sie mal aus. Wie gesagt, sie besteht aus drei Teilen. Dies ist der Deckel. Fassungsvermögen 0,5 Liter. Das geht dann in etwa bis hier hin. Recht stabil. Dann kommen wir zu dem Einsatz. Der Einsatz passt hier natürlich auch schön rein. Fassungsvermögen von diesem Einsatz 0,25 Liter. Das geht dann in etwa bis hier hin. Es gab einige Modellvarianten. Die hatten hier werkseitig einen Schlitz. Und durch diesen Schlitz konnte dann dieser Einsatz über den Henkel geschoben werden. Und ging dann praktisch so an der Seite dran. Und da konnte man diese zwei Teile mit einer Hand nehmen. Und mit der anderen Hand diesen Hauptbehälter. Dieser Hauptbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Liter. Das geht in etwa hier bis an den Rand. Vorwiegend wurde der natürlich genutzt, um die Speisen in der Feldküche zu empfangen. Hauptgericht Nudeln, Fleisch, Soße und so weiter. Nachtisch Kartoffeln, Gemüse, Beilagen, sonstige Beilagen. Hier eventuell Kaffee oder Tee. Dieses Kochgeschirr ist nicht gedacht, um sich das Essen selber zu kochen. Wenn man diesen Behälter in die offenen Flammen stellen würde oder hängen würde, könnte es passieren, dass dieser Aluminiumgriff oder diese Verlötung komplett wegschmilzt. Wegschmilzt oder sich sogar ein Loch in den Boden brennt. Zur Not könnte man ihn eventuell in die Glut stellen oder an den Rand des Feuers, um seine Speisen zu erwärmen. Aber nur im äußersten Notfall. Gesamtgewicht dieses Essgeschirr beträgt 520 Gramm. Es hat natürlich gewisse Ähnlichkeiten mit dem deutschen Modell. Dies hier ist ein NVA-Essgeschirr. Das wurde aber schon seit der Kaiserzeit produziert. Und die Franzosen haben sich das Prinzip dieser dreiteiligen Essgeschirr abgeschaut. Früher hatte die französische Armee nur runde Töpfe mit Deckeln. Zum Teil aus Aluminium, zum Teil aus Blech. Das ließ sich aber schlecht transportieren. Und so kam man dann 1935 auf dieses Modell. Hersteller dieser Gamellen gab es im Laufe der Jahre natürlich einige. Hier sieht man zum Beispiel bei meiner, der Hersteller ist die Firma AM, ohne Angabe des Herstellungsjahres. Auf der Homepage, die ich euch unten rein verlinke, findet ihr die verschiedenen Stempel mit Bildern und den Herstellungsjahren dieser Firmen. Schön zu sehen hier auf der Homepage von 1936 bis 1946. Es gibt natürlich auch einige Hersteller, die undatierte Essgeschirre hergestellt haben. Die sind da ebenfalls aufgeführt. Schaut es euch an, es lohnt sich. Kaufen konnte ich diese Gamelle bei Ebay für etwas mehr als 10, 12 Euro. Sie sollte natürlich im Originalzustand belassen werden, also bitte nicht kaputt putzen. Es ist ein schönes Sammelobjekt und sollte nicht verhunzt werden. Während des Zweiten Weltkrieges, nachdem die amerikanische Armee in der Normandie gelandet ist, wurden dann nach und nach auch amerikanische Essgeschirre ausgegeben an die französische Armee. Es gab dann einen bunten Mix, aber dies war das Hauptgeschirr der Grand Nation. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Ich würde mal sagen, das soll es mal kurz gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Man sieht sich hoffentlich mal wieder, wenn ich euch wieder etwas vorstellen kann. Anregungen, Kommentare unten reinschreiben. Ich freue mich darüber. Vive la France. Tschüss. Und Servus.